Weg mit dir, du Knecht! Alles weg, hier schnitzelt. Ist doch dieses Bollwerk, oder nicht? Ach, da vorne. Na gut, ist so ein Stück. Die sind alle wieder da, ne? Na gut, okay, wir sind auch wirklich nur durchgerusht. Wir haben uns ja gar keine Mühe gemacht. Um wirklich die Leute wegzuschnitzeln. Naja. Aber auch so ein bisschen, ein bisschen Vorrat. Aber jetzt machen wir das, ja. Jetzt werden wir das machen. Was ist das denn hier, eine Pflanze, ne? Das ist, glaube ich, eine, die nur bei Nacht rauskommt. So. Das ist praktisch der Pass hinter diesem Bollwerk. Na. Hat hier schön die Trommeln. Ah, das ist das Bollwerk. Wir setzen mal die Eule ein. Einfach mal gucken, das sind ein paar Käfige. Vielleicht haben wir Glück, dass irgendwo was ist, was man einsetzen kann für unsere Zwecke. Kann ich jetzt nichts erkennen. Auf jeden Fall sind tonnenweise Gegner da. Aber war bei dem anderen Bollwerk ja auch nicht anders. Ah, bin ich zu weit weg von. So näher ran. Wobei, so viele scheinen das gar nicht zu sein. Hm, naja. Das sage ich jetzt. Gleich stellt sich raus, dass eine Quadrillion davon da ist. Ja, wobei, wir müssen halt echt gucken, dass wir dafür sorgen, dass hier nicht Verstärkung gerufen wird, ne? Das ist, glaube ich, ganz essentiell. Ob da dann hier der Big Boss drin ist? Gute Frage. Es gibt auf jeden Fall niemanden, den wir befreien können. Der Käfig ist leer, ne? Ich kann jetzt nichts sehen zumindest. Schade. Ja, es gab es ja am Anfang bei manchen Sachen, die wir eingenommen haben. Ne, bei diesen Außenposten. Dass dann da irgendein Tierchen drin war. Ach, da oben stehen auch noch welche. Da ist, glaube ich, der Boss. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir nur den platt machen müssen. Ob das ausreicht. Oder ich, äh, fütter dich mal. Also, wenn du angeschlagen bist, ist das zu riskant. Das Risiko können wir nicht eingehen. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Weil ich will da rüber. Scheiße, Mann, jetzt hänge ich hier fest. Ha, ha, ha. Ach, guck mal. Ne, da komme ich nicht hoch. Ach, ich muss hier rüberschwingen. Ah, okay. Gibt es das denn? Hallo? Warum komme ich da nicht rauf? Gibt es hier? Weißt du, dann kannst du hier nur an bestimmten Stellen hochglättern. Das ist ein bisschen schade. Als wäre Assassin's Creed-mäßig so ein bisschen besser, wenn man halt überall sich hochziehen könnte. Ich sollte gleich mal den Tiger wegschicken, weil das da relativ offen für jedweden Angriff ähm, genau, wegschicken, genau. Dann komme ich da am besten da raus. Ich würde sagen, ich hoffe, es funktioniert. Da kommt schon, vorsichtshalber. Ha, sauber. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Geht doch. Was ist das denn? Uh. Ah. Seltene Fälle sind ja meine Freunde. Da bin ich ja immer begeistert für. Ähm. Da hinten komme ich nicht hoch. Kriege ich den von hier aus? Ich könnte versuchen, mit der Tobsuchtsbombe ähm, da unten gleich dafür zu sorgen, dass seine eigenen Leute ihn angreifen. Wir versuchen es einfach mal. Boah, sauber. Richtig guter Wurf, ey. Hm. Weil ich bin zu weit weg. Aber die fügen ihm schon mal Schaden zu. Das ist echt gut. Ja, wir sehen es, ne. Jetzt wird es angezeigt. Der Lebensenergie. Ja, der nimmt schon Schaden. Aber guck mal, der hat irgendwie so Feuer, irgendwie so eine Nachkampfwaffe mit Feuer dran. Oh. Oh, da hat er, oh. Richtig gut Schaden genommen. Sau geil. Mach den mal einen platt. Weil ich glaube, wir müssen eigentlich nur den platt machen. Damit wir das Boy weg haben. War, glaube ich, letztes Mal auch so. Ja. Dann wurde platt gemacht und sind wir hin und dann gab es die Sequenz und dann haben wir den mit nach Hause genommen. Und hier wird das ja ähnlich sein. Wo ist er denn jetzt? Man sieht es nicht so richtig, ne? Schade. Ja, ich kann ihn jetzt nicht mehr sehen aktuell. Uh, er nimmt immer noch ordentlich Schaden. Das ist gut, das ist gut. Das, äh, sehe ich gerne. Kann ich es hier irgendwie besser? Da unten ist einer. Ich glaube, den haben wir gleich. Wo muss ich runterrutschen? Nee, ich so stürmisch. Ich nehme mal die Eule. Ich glaube, da unten habe ich ihn auch gerade gesehen. Ja, kommt schon. Da, ja, ja, genau. Okay, es lebt noch. Aber es sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein für uns. Das schöne... Oh, guck mal hier. Wir haben doch noch genügend Zeug da. Können wir noch was machen? Oh, wobei, nee, ich sehe gerade, das ist die Letzte, die wir machen können. Aber vielleicht haben wir Glück. Und es reicht für noch eine. Ach, sehr schön. Vor allen Dingen den Tank haben wir auch noch erwischt. Also den, der halt so gut gepanzert ist. Uh, was kriegen wir denn? Erfolg? Oh, okay. So und so viele Leute wahrscheinlich. Schneeke. Greift er dann jetzt auch noch an? Er ist ja da in direkter Nähe eigentlich, ne? Ja, steht da oben momentan. Hm. Ich habe ja die Hoffnung, dass die da hingehen gleich. Oder er das irgendwie mitkriegt. Beziehungsweise, wenn die sich hier unten jetzt gerade gegenseitig erledigen, können wir uns auch hier abseilen und dann da selber hingehen und eben den Todesstoß verpassen. Also immerhin sind wir jetzt recht stark und ich glaube, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ja, wir sehen uns fehlt halt dieses, äh, Norgelblatt. Ah, nicht so schlimm. Ich denke, das ist schon ganz okay so. Ah, schade, dass ich ihn nicht erwische von hier aus, ne? Ist wirklich zu weit weg. Oh, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Mal gucken, ob er jetzt ankommt. Sauber. Er weiß nicht, wo wir sind. Sehr gut. Ah, ich habe ich gleich. Ich treffe nicht, ne? Ah, sehr schön. Das ist eine gute Taktik gerade. Ah, ich darf nämlich echt nichts sehen lassen. Hier unten sind es mittlerweile alle platt und ihn oder sie, ich bin mir nicht ganz sicher, haben wir auch gleich. Ah. Sauber. Jetzt kann ich hingehen, ne? Ah, ich glaube, jetzt muss ich hin. Oh, nein. Oh, nicht gut. Hm, hm. Das war so klar. Echt? Eben getötet?